Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Academy. Wir müssen uns erstmal bei euch entschuldigen. Wir haben euch in der letzten Woche eiskalt hängen lassen. Die Folge ist einfach nur ausgefallen. Wir mussten tatsächlich spontan nach Deutschland für eine Beerdigung tatsächlich traurigerweise. Und jedes Mal, wenn ich auch nur einen einzigen Fuß auf deutschem Boden setze, kriege ich instant Corona. Also wirklich sofort. Es ist fast schon ironisch. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ja, es ist irgendwo schon zur Regel geworden. Und meine Schwiegereltern tun mir sehr leid, denn jedes Mal, wenn wir sie besuchen, liege ich oben in Manis alten Kinderzimmer und bin krank. So, deswegen musste leider die Folge in der letzten Woche ausfallen. Ist aber gar nicht so schlimm, denn tatsächlich haben wir in dieser Woche eine ganz besondere Woche. Wir haben nämlich und feiern nämlich unser dreijähriges Geschäftsjubiläum mit der Sparing Academy. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, das heute mit der lieben Mani hier zu besprechen. Schön, dass du da bist, Mani. Wie geht's dir? Ja, danke. Mir geht es gut. Das wollte ich gerade schon ab und an mal so reinhaken. Warum sagst du einfach, dass letzte Woche der Podcast ausgefallen ist? Das hat niemand gemerkt. Quatsch. Ich habe auch noch ein bisschen Lust. Es stimmt tatsächlich. Also jedes Mal, wenn wir in Deutschland sind, bei meinen Eltern, ist es leider immer so ein bisschen drama behaftet. Also ja, wir beide sind am meisten krank und leiden sehr. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, dreijährige Sparing Academy, ich finde, das ist schon krass. Und vor allem, dass wir jetzt in diesem Format, also in einem Podcast darüber sprechen, weil ich erinnere noch, vor drei Jahren mussten Konstantin und ich dich unfassbar überreden, überhaupt jemals in Erwägung zu ziehen, dass wir gerne einen Trading-Podcast starten möchten. Ja, war mir alles zu unseriös. War mir alles nicht auf den Punkt genug. Ich war ja sowieso in der Anfangszeit der Schlitz- und Kragentyp. Ich habe ja von Anfang an gesagt, nein, wir sind ein seriöses Finanzunternehmen. Und es gibt hier kein lockerflockiges Dahererzählen im Podcast. Wir haben uns hier seriös zu geben. Es muss alles vorgeskriptet sein. Es muss alles auf den Punkt erklärt sein. Und dementsprechend habt ihr damals eine ganze Weile gebraucht, mich überhaupt von dem Konzept zu überzeugen. A, den Podcast zu machen, aber natürlich auch von unserem Grundimage, sage ich mal, was wir so über die Jahre jetzt sicherlich etabliert haben. Was durchaus auch sicherlich ein gewisses Risiko war damals zu sagen, okay, wir machen das jetzt mit der Börsenschule und wir bilden einfach mal sowas wie den Konterpunkt zur Branche und sind einfach mal so, wie wir einfach tatsächlich sind. Ich finde, das könnte ein sehr guter Überbegriff für diese Podcast-Folge sein, einfach wirklich authentisch zu sein, weil es nicht nur rückblickend jetzt mit uns, mit der Schule und das alles, was wir aufgebaut haben, dass wir dort immer auf Authentizität, mein Gott, ist das ein schwieriges Wort, gesetzt haben, sondern dass es auch wahnsinnig wichtig ist, ehrlich und authentisch mit sich selbst umzugehen, um wirklich auch das Handwerk Trading zu lernen. Und da können wir später auch nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu der Anfangsphase. Also ich würde heute gerne einfach so ein bisschen besprechen, wie die Schule so ein bisschen entstanden ist und nicht zu tief da reintauchen. Dann ungefähr, ja, was sich entwickelt hat und wie so die Zukunft aussieht. Unbedingt. Ja, Olli, wie ist denn die Schule entstanden? Konstantin. Konstantin, wie du bist an dieser Stelle? Wir sehen, hören uns am Samstag. Ohne Konstantin, jetzt keine Sparring Investment, damals noch gegeben, Investment Academy. Ja. Ja, also Corona kam und ich hatte mittlerweile meine beiden Firmen abgemeldet. Also wir hatten ja zum einen gemeinsam unsere Eventagentur. Ich hatte meinen Edelmetallhandel. Beide Firmen gab es zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. 2020. 2020 war das richtig. Anfang 2020, also wirklich kurz vor Corona im Prinzip. oder dass wir da zu diesem Zeitpunkt schon von diesem Virus wussten tatsächlich. Aber wir waren sowieso an einem Punkt angekommen, wo A, das Trading sehr gut lief und wo B, wir für uns festgestellt haben, wir wollen die anderen Firmen nicht mehr. Also das war für mich, ich habe Musik studiert, ich war hochmotiviert, ich wollte als jugendlicher Rockstar werden, wie die meisten anderen eben auch. Und daraus entstanden ist dann die konservativste Musikagentur aller Zeiten. Ich wollte gerade sagen, Engelsgleich. Ja, und wir haben dann letzten Endes Eventbands und Coverbands und so verbucht, indem wir auch selber gespielt haben, was sehr, sehr groß geworden ist, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Wo ich aber, ich habe auch viel Musik produziert. Wir hatten ein schönes Tonstudio in Hamburg. Es war alles gut und schön, aber ich habe schon relativ früh in meiner Musikkarriere festgestellt für mich, dass ich das nicht ewig machen werde. So, weil es A, körperlich unendlich anstrengend war, wirklich, also Anfang 20 ging das noch so, aber allein der Alltag, unter der Woche fünf Tage Büroalltag, Produktionsalltag, Proben und jedes Wochenende dann mit der schweren Anlage, die ich auch noch selber gestellt habe, unterwegs gewesen, immer alleine auf- und abgebaut, die ganze organisatorische Verantwortung getragen, etc. Also, es ging einfach nicht mehr. So, und es hat auch einfach, es hat auch einfach keine Freude mehr gemacht, auch wenn es gut, als Geschäft lief es ja gut. So, wir haben wirklich gutes Geld verdient. Ja. So, und man hätte sicherlich auch noch weitermachen können, mal von Corona abgesehen vielleicht. Aber es hat einfach keine Freude mehr gemacht und es hat ja den letzten, es hat ja einfach sämtliche Lebensenergie ausgesaugt, sodass wir uns dann eh dazu entschieden hatten, was anderes zu machen. Ja, und dann war für mich so der Punkt, wo ich halt darüber nachgedacht habe, was kann ich jetzt, was kann ich jetzt machen. Und dann war halt unser lieber Consti gerade mit seiner Freundin damals noch. Da waren sie, glaube ich, noch nicht verheiratet. Echt jetzt? Ich glaube nicht. Ja, oh mein Gott, stimmt. Genau, waren zu Besuch und Consti hatte ich halt ein paar Jahre vorher angefangen, Trading beizubringen, weil er sich auch für das Thema interessiert hat. Und Consti ist dadurch sehr schnell sehr erfolgreich mit der ganzen Geschichte geworden. Und der hat uns dann ja auf die Idee gebracht zu sagen, könntest du dir nicht vorstellen, das professionell zu machen? Und da habe ich dann gesagt, das könnte ich. Ich glaube, das würde mir Spaß machen. Ich finde das ganz spannend, den Punkt, den du sagst, weil ich denke, dass einige Leute da draußen vielleicht sich auch mit dieser Situation identifizieren können. Weil wir kommen ja, wenn wir einen Berufswunsch haben aus der Schule, dann gehen wir ins Studium oder in die Ausbildung und haben eine Vorstellung davon, was wir gerne beruflich machen möchten. Und ich finde, dass dieser Abnabelungsprozess, wo man wirklich sagt, man tut nicht mehr die Dinge, die andere von einem erwarten, sondern die Dinge, die man selbst für richtig hält, da brauchst du ein gewisses Alter für. Ich denke, einige Leute trifft es früher. Ich glaube, bei uns war es dann halt einfach so um die 30 rum, dass wir gemerkt haben, irgendwie das Leben oder diese berufliche Konstellation, die wir aufgebaut haben, hat nicht mehr so wirklich zu uns gepasst. Das heißt nicht, dass es komplett falsch war, sondern dass gewisse, ich sage es jetzt mal so, wie ich das jetzt in der Psychologie gelernt habe, Charakter stärken, vielleicht nicht gelebt werden. Also das gibt ja so etwas wie, ob du besonders in deinem Umfeld kreativ sein kannst, das haben wir auf jeden Fall gelebt, aber ob du, ja, Liebe zum Detail oder was, was halt dich als Person ausmacht. Und was ich beobachtet habe, so als Begleiterin von dieser Schule, weil ich ja immer sage, du bist sozusagen der Kopf derjenige, der den Inhalt liefert und ich bin diejenige, die es nach draußen präsentiert, dass es das Marketing macht. Also Olli kocht, ich serviere, er macht die Pizza, ich sage, dass sie gut schmeckt. Also das ist ja sozusagen das und was ich einfach gesehen habe, dass du in deiner neuen Konstellation einfach andere Charakterstärken gelebt hast. Also Olli kann unfassbar gut schreiben, das sieht man einfach dann daran, dass er innerhalb von drei Monaten dieses komplette Börsengrundwissen, dieses Buch geschrieben hatte. Das war nämlich der erste Schritt, den wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, Börsenschule, was bedeutet das eigentlich? Und Olli hätte gesagt, ich werde immer mal ein Buch schreiben, wollte das schon immer mal machen und dieses Buch ist dann nach drei Monaten fertig gewesen. Nach einem Jahr ging es aber allerdings erst sozusagen in die Öffentlichkeit, weil dann doch dieser Prozess etwas größer war. Und das hat so ein bisschen den Grundstock gelegt dafür, was die Sparing Investment Academy heutzutage ist. Und was wir allerdings als Erfahrung mitgenommen haben aus der alten Firma und was ich auch so nicht aufgeben wollte, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht Erwartungen von anderen erfüllen, dass wir jetzt hier mit Schlips und Kragen da sitzen. Schlips und Kragen? Nee. Wie man das so? Schlips und Kragen. Ja, ich ja nicht, aber egal. Schlips und Kragen da sitzen und... Ich sitze mit Chips und Kragen da. Also, dass du einfach nicht versuchst, irgendetwas zu sein, was du nicht bist, weil ehrlich gesagt ist das totale Zeitverschwendung. Weil wenn du wirklich, meines Erachtens, ein erfülltes Leben und dazu gedauertes Berufsleben dazu führen möchtest, solltest du so viel wie möglich von dir selbst damit reinbringen, ohne dich in irgendeiner Form verstellen zu müssen, weil das einfach nur Energie kostet. Und letztendlich geht es ja immer darum, gerade bei einer Schule oder bei einer Ausbildung, vertraust du dieser Person und möchtest du von dieser Person lernen? Und wenn du nicht du bist, dann wirst du auch nie die Leute anziehen, die zu dir passen. Also von daher. Ja, aber das war ja die große Frage letzten Endes. Ist das Publikum da? Ja, gibt es diese Leute überhaupt, die sagen, ich kannte die Branche damals zu dem Zeitpunkt auch selber vielleicht noch nicht gut genug. Wir waren irgendwo auch als Trader in unserer Bubble. Ich habe natürlich irgendwo meine Ausbildungen gemacht. Aber jetzt so explizit mit dieser Trading-Coaching-Branche hatte ich mich relativ wenig auseinandergesetzt. Und man hat da einfach so seine Vorstellungen gehabt. Man kannte so die, 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 ja, die bekannten Gesichter vielleicht irgendwo der Branche. Man wusste auch schon vielleicht so einigermaßen, wer ist seriös und wer ist nicht seriös. Aber es war ja dann schon irgendwo ein Risiko zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es funktioniert, wenn wir das Ganze einfach auf einer persönlich nahbaren Ebene aufbauen. Immer auf die Gefahr hin, dass dann der allgemeine Deutsche sagt, oh, das ist mir nicht seriös genug. Wenn ich mich irgendwie in Finanzfragen an jemanden wende, dann muss der in irgendeiner Form so sein wie mein Bankberater. So, dann muss der halt seinen Anzug tragen und nur dann ist der seriös. Ich meine, sei mal ganz ehrlich, wir wissen ja, wie ein Großteil der Deutschen denkt. Deutschland ist ein unglaublich konservatives Land und in vielen Fragen vielleicht auch nicht unbedingt das Fortschrittlichste. Und da jetzt zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt hier, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier vor die Kamera stellen und irgendwelche blöden Witze machen oder so. Aber das war ja nie der Plan. Außer vielleicht mal ein Keck im Spruch am Rande. Aber wir übertreiben es hier jetzt hier nicht. Aber halt eher genau diesen Punkt zu sagen, okay, wir verstellen uns jetzt hier nicht, sondern wir haben hier unseren Trading-Papa-Papagei, der im Hintergrund sitzt, unseren Riesen-Wolfgang. Und daneben sitzt ein zorniges Stoffeinhorn namens Donnerzucker. Und Oli liebt dich. Stimmt. Stimmt nicht. Das ist schon, es kommt vielleicht nicht bei jedem so seriös an. Und dann halt als neuer Mitspieler in so einer Branche wie der Trading-Branche, das ist schon nicht unriskant gewesen. Und insofern bin ich jetzt natürlich auch super froh, dass wir dann mit der Zeit relativ zügig festgestellt haben, dass es da Leute gibt, die sagen, oh, Dankeschön. Ich habe da mehr oder weniger darauf gewartet, dass ich einfach mal mit einem Menschen irgendwie zu tun habe und nicht mit einer Trading-Maschine. Ja, absolut. Also wir haben tolle Kunden und wahrscheinlich auch tolle Podcast-Hörer, die alle einen kleinen Dachschaden haben. Das haben wir an dieser Stelle festgestellt. Wir haben sehr, sehr liebe Kunden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, liebe Grüße. Schön, dass es euch gibt. Oh Gott, ich wollte so vieles sagen. Na ja, einerseits, klar, wie ist der klassische Bankberater? Ich hoffe jetzt, ich leidige keinen Bankberater, der jetzt hier zuhört. Aber man muss ja auch einfach sagen, dass gerade auch diese große, dass die Finanzbranche, aber auch das Internet, das ganze Marketing ja auch einfach schon einen schlechten Ruf hat. Weil immer anstatt, dass Marketing so verstanden wird, dass du deine Dienstleistung oder der, der du bist, ins richtige Licht rückt, ist Marketing meistens so zu verstehen, dass es so angewendet wird, dass du möglichst viel aufträgst. Und dass nur noch in Superlativen gesprochen wird. Das heißt, da hingegen Pendant zu bilden, weil wir bis heute auch keine Werbung schalten, ist total, finde ich persönlich total super. Zweitens haben wir überhaupt gar keinen Druck. Dadurch, dass du ja schon von vornherein profitabler Trader warst, ist die Schule immer ein Bonus gewesen. Wir müssen keine große Schule sein, wir wollen es auch nicht sein. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wie möchtest du dein Leben eigentlich gestalten? Wir müssen niemanden beweisen, dass wir jetzt sagen, wir haben 6.000, 10.000 Kunden gehabt. Dann frage ich mich ja, was ist mit den 6.000, 10.000 Kunden denn passiert? Und hatten die, kannst du als Trading Coach überhaupt so viele Kunden wirklich gewissenhaft betreuen? Man muss niemanden etwas in irgendeiner Form beweisen. Und ich finde, das ist die ehrlichste Art und Weise, nicht nur ein Geschäft zu führen, sondern auch die ehrlichste Art und Weise, wie du Trading lernen solltest. Weil wenn du natürlich sagst, okay, ich möchte Trading lernen, ist das für mich als Definition Investition in Humankapital, also in deine eigenen Fähigkeiten. Und das ist etwas, was dir nie, A, schon mal niemand nehmen kann. Wissen kann dir niemand mehr nehmen, außer du hast es dir, hast es dich ordentlich einverleibt. So und, entschuldigen mich, ich habe immer noch etwas rufen. Und wenn du aber an einem Punkt bist und gar nicht so wirklich weißt, was du im Leben möchtest, aber sagst, oh, aber ich möchte jetzt den dicken Porsche fahren und ich möchte jetzt, ich möchte jetzt ganz, ganz viel Geld mit Trading verdienen. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Natürlich ist das Ziel vom Trading profitabel zu sein, aber genau zu definieren, was bedeutet das eigentlich für mich? Wie viel Geld möchte ich im Monat eigentlich verdienen? Wo stehe ich jetzt gerade? Was verstehe ich gerade nicht? Gibt es Dinge, Konzepte, die ich wieder über Bord schmeißen muss? Muss ich mich also wirklich ehrlich immer zu hinterfragen, anstatt irgendwie zu gucken, dass man möglichst viel Output hat und möglichst groß ist und möglichst viel scheint, nur um außen hin zu beweisen, oh mein Gott, ich bin wahnsinnig erfolgreich. Oder bei mir im Trading läuft es ja so gut, weil du mit diesen ganzen Superlativen niemals eine Möglichkeit hast, den Kurs zu korrigieren. Und deswegen möchte ich persönlich, ich denke, das ist das auch, wo du mir zustimmst, Kunden erreichen, die Lust haben, sich genau auf diese Reise zu begeben. Weil ich glaube, ehrliche Profitabilität bedeutet ja auch, dass das ein Marathon ist und nicht ein Sprint. Also, dass du es halt über Jahre, über einen langen Zeitraum schaffst, profitabel zu sein. Das bedeutet, immer sich wieder anzupassen und eine gewisse Demut zu haben und die Dinge, ja, immer wieder mit der Realität abzugleichen. Ja. Größte Herausforderung war dann wirklich die Day-Trading-Ausbildung, kann ich mich erinnern, so in der Anfangsphase. Also, wir sind ja, ich habe, wie du schon gesagt hast, dieses Buch geschrieben, da kam dann wirklich Corona ins Spiel. Und was dann Corona kam, man konnte nicht mehr rausgehen, man konnte nichts mehr machen, sodass ich dann gesagt hatte, okay, erster Schritt, jetzt oder nie Buch schreiben, macht total Sinn. Weil in diesem Buch konnte man sich dann auch nochmal selber irgendwie sortieren und schon im Kopf dieses Konzept entwickeln, auf dem dann später auch die Kurse und Ausbildung basieren sollten. Das hat total Sinn gemacht. Und da sind dann eben auch diese vier Investorentypen entstanden, auf Basis derer wir unsere Kurse geschrieben haben später. Genau. So, und die Reihenfolge war ganz interessant, da muss ich immer grinsen, wenn ich da jetzt im Nachhinein dran denke. Ich glaube, ich habe zuerst den ersten Kurs geschrieben, den passiven ETF-Kurs, den passiven Investor. So, das ging natürlich auch relativ zügig, weil es einfach grundsätzlich sehr simpel ist. So, dann haben wir Kurs drei gemacht, dann kam die Swing Trading Ausbildung, weil das ist irgendwo das gewesen, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, weil ich es schon mein Leben lang gemacht habe, weil ich es mit Abstand am längsten gehandelt habe und ganz genau wusste, alles klar, das und das und das und die Schritte, das und das haben die Leute zu tun, fertig. So, dann haben wir Kurs zwei gemacht. Oh, da hast du geflucht. Da habe ich viel geflucht, weil da musste ich selber, das war der einzige Kurs von den vier, wo ich selber währenddessen noch viel recherchieren musste, weil ich habe zwar auch schon immer Aktien, Einzelaktien gehandelt, auch nach dieser Herangehensweise, die wir da beibringen, aber ich bin jetzt kein Studierter BWLer und es geht in diesem Kurs einfach sehr, sehr viel auch um die Bilanzen und um die Zahlen und da musste ich oftmals selber aufpassen und gucken und nochmal recherchieren, um keinen Fehler zu machen. Der war wirklich auch für mich anstrengend, der Kurs, den zu schreiben. So, und dann habe ich mir aber mit Absicht und einer gehörigen Portion Respekt den Kurs vier, die D-Trading-Ausbildung zum Schluss gelassen. Ende 2021 ist der 1. November erschienen, also knapp. Fast ein Jahr später, ja, als ich mit Kurs drei angefangen habe. Also Kurs drei haben wir ja jetzt. Stimmt, wir haben 21, am 18. Juni 21 haben wir die Schule sozusagen veröffentlicht mit unserem Stream. Du hast aber schon im März 2020 angefangen und hast dann sozusagen ein halbes Jahr später erst nach der Eröffnung der Schule den Daytrading-Ausbildung. Weil das Ding war ja folgendes, ich muss gerade dran denken, wir haben gestern das Thema nämlich schon im Bookmap-Stream, weil mich jemand gefragt hatte, was so meine größte Hürde war auf dem Weg zur Profitabilität so in meinem Leben als Trader. Und da habe ich ganz gesagt, ganz, ganz klar, so der Übergang vom Swing-Trading zum Daytrading, der ist einfach brachial mies gewesen. Weil ich bin halt über den Edelmetallhandel damals irgendwo zum Swing-Trading gekommen, habe das gelernt, habe das viele Jahre lang gemacht. Das basiert alles irgendwo auf den fundamentalen Faktoren, das ist alles irgendwie nachvollziehbar. Aber logisch, allein mit den Optionen hat man schon einen Vorteil irgendwo auf seiner Seite. Und ich habe sogar in den ersten Jahren, kann ich mich noch erinnern, ich habe sogar in den ersten Jahren so ein bisschen Daytrading als Quatsch abgetan. Weil ich einfach auch in dem Umfeld, in dem wir uns bewegte oder in dem ich mich bewegt habe, gab es so gut wie keine Daytrader. Es haben alle erfolgreichen Trader, die ich zu diesem Zeitpunkt einfach kennengelernt habe, haben ganz selbstverständlich Swing-Trading gemacht. Und für mich war in meinem Kopf Daytrading immer so eine Sache, ja, das ist eine Sache, die automatisierst du entweder komplett oder du lässt es sein. Das war gar nicht der Gründe, warum wir die zweite Auflage von dem Buch nochmal umschreiben mussten. Naja, das wollte ich gerade sagen, das ging sogar in der Ur-Uhr-Version von dem Skript von dem Buch steht, steht noch ein Hinweis drin, dass ich den Leuten eher ans Herz lege, im Daytrading-Bereich in Richtung halbstatistisch zu denken. Absolut. Was vielleicht auch, ja, in den fünf Jahren seitdem hat sich natürlich auch schon wieder einiges verändert. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist einfach, dass es mir unglaublich schwer fiel, als ich dann doch irgendwie für mich festgestellt habe, mich interessiert schon dieser ganze Daytrading-Bereich und ich würde das schon gerne lernen, weil es einfach spannend ist, dachte ich für mich, na gut, okay, du bist jetzt irgendwie erfahrener Trader, du weißt, was du tust, du kannst im Swing-Trading Geld verdienen. Jetzt wird Daytrading ja jetzt auch nicht mehr so der große Schritt sein, wirst irgendwelche Fundamentaldaten finden müssen, die man halt im Daytrading-Bereich anwenden kann, die irgendwie grob die Richtung vorgeben und dann handelst du ein bisschen technische Analyse hier, ein bisschen Markttechnik da, ein bisschen Volume-Profile, ein bisschen, keine Ahnung, Fibonacci-Retracements und dann wird das schon irgendwie funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise, aber Pustekuchen oder so, man hat ja dann relativ schnell mitgekriegt, okay, das ist hier einfach eine ganz, ganz andere Welt. Als das Swing-Trading, woraufhin ich dann mich auch am Anfang umgeguckt habe, was kann man so machen, was kann man so lernen und dann relativ zügig Gott sei Dank auch zu meiner Ausbildungsstätte gekommen bin da in London, wo ich mich im Daytrading-Bereich habe ausbilden lassen. Aber da habe ich auch schon öfter gesagt, diese Ausbildung ging auch über ein Jahr und ich bin da auch nicht rausgegangen und war dann sofort profitabler Daytrader, weil es einfach nochmal so eine andere Welt ist, so viel komplexer, so viel tiefgründiger. Es spielen so viele andere Faktoren eine Rolle als im Swing-Trading und ich habe so lange gebraucht, mir da selber dann meinen Weg zurecht zu friemeln, der dann für mich funktioniert hat, so dass das ist so eine Riesenhürde und nochmal so ein großer Sprung gewesen vom Swing-Trading zum Daytrading. Das war für mich meine größte Hürde, sodass ich natürlich letzten Endes auch einen Riesenrespekt davor hatte, diese Daytrading-Ausbildung rauszubringen, weil ich dachte so, oh mein Gott, ich habe das jetzt irgendwie auf einem großen etablierten und renommierten Prop-Trading-Floor gelernt und selbst die konnten mich nicht innerhalb eines Jahres einfach so trotz meiner Vorherfahrung zum profitablen Daytrader machen, sodass ich viel hin und her überlegt habe, wie gehst du an die Sache ran. Ich habe halt, das was ich gelernt hatte, war halt klassischer Orderbuch-Handel, wo ich schon dachte so, boah, das ist doch den Leuten, das ist doch viel zu komplex, das kannst du nicht machen mit den Leuten, deswegen auch da wäre schon so, wir haben ja zwei, drei Leute in der Ausbildung, die wirklich so Kunden der ersten Stunde sind und uns wirklich treu geblieben sind seitdem. Die werden sich noch so an die Urversion der Daytrading-Ausbildung erinnern können, wo ich einfach auf Biegen und Brechen versucht hatte, das Orderbuch weitestgehend aus der ganzen Sache rauszuhalten und es den Leuten möglichst einfach zu machen. Was zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich ganz gut geklappt hat, weil die Märkte da aber auch noch einen anderen Charakter hatten. So und irgendwann habe ich dann auch für mich festgestellt, es ist vielleicht zwar komplexer, aber wir nehmen uns hier dann natürlich auch auf der anderen Seite irgendwo den größten Vorteil, den wir im Daytrading haben und das ist nun mal das Orderbuch. So und das ist ja letzten Endes auch das, was ich gelernt habe, also lass das dann doch wieder mit integrieren. So und das war dann auch eine Zeit, wo einfach die Heatmaps immer besser wurden, wo man das auch besser mit integrieren konnte. Bookmap wurde immer größer und bekannter und besser die Software. Das war so ein bisschen, das war tatsächlich so ein bisschen ein rettender Anker an der Zeit, wo ich gesagt habe, alles klar, das kannst du mit den Leuten machen, das ist nachvollziehbar. Aber weil das Orderbuch an sich, kann ich eigentlich keinem ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall definitiv, weil es basiert ja irgendwo alles genau darauf. Aber die Heatmap macht einem das Leben schon sehr, sehr viel leichter, sodass sich dann auch die Daytrading-Ausbildung nochmal immer wieder stark verändert hat und weiterentwickelt hat und es ja auch nach wie vor tut. Jetzt haben wir gerade unseren großen Dealer-Edging-Kurs ausgebracht. So, ja, ich muss jetzt einmal einhaken, bevor ich alles irgendwie vergesse, was ich mir so im Kopf zurechtgelegt habe. Es gibt ja einfach ganz große Unterschiede zwischen Swing-Trading und Daytrading. Und da Daytrading wesentlich komplexer ist, war ja auch nicht nur für dich die Herausforderung zu sagen, okay, das ist jetzt mein Handelsstil, sondern wie verwittel ich das so, dass es auch für andere passt. Bei komplexen Systemen gibt es keine einfache Antwort. Also man kann es am besten vergleichen mit, wenn du jetzt Englisch-Vokabeln lernst, wirst du dann automatisch besser in Mathematik. Nein, also macht es keinen Sinn, 1-zu-1-Strategien Kunden beizubringen, weil irgendwann die Märkte verändern sich und dann wird diese Strategie nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, also übergeordnete Wirkfaktoren zu finden. Wie lernt man zum Beispiel? Wie lerne ich eigentlich? Dann kann ich, wenn ich lerne, wie ich lerne, dann kann man die Frage mit Ja beantworten. Werde ich denn dadurch besser? Kann ich dadurch denn gleichzeitig besser in Englisch-Vokabeln werden und gleichzeitig in Mathematik? Und diese Konzepte, die du sozusagen präsentierst oder die wir unseren Kunden beibringen, sind höchst dynamisch und höchst individuell. Weil nicht nur das Trading ist ein komplexes System, sondern auch unser Gehirn ist ein komplexes System. Ich bin ja jetzt seit, wir haben 2024, seit Anfang 2023 befinde ich mich in diversen Fortbildungen bezüglich Emotionsforschung, Neuroanatomie, Neurobiologie, Psychologie und werde jetzt am Ende dieses Jahres tatsächlich einiges an Zertifikaten einsammeln können und habe höchsten Respekt vor diesem ganzen Thema. Aber was einfach total richtig ist und wichtig ist und was die meisten Leute nicht hören wollen, ist, dass das Gehirn alleine schon so dermaßen komplex ist, dass alle Erfahrungswerte, alles, was wir jemals erlebt haben, projizieren wir auf den gegenwärtigen Moment. Und wenn du vor dir einen Chart siehst und in deinem Trade drin bist, scannt dein Gehirn durch die Erfahrung der Vergangenheit sozusagen ab und möchte eine Voraussagung darüber treffen, was im gegenwärtigen Moment passiert oder passieren wird, was wiederum bedeutet, dass du einerseits dir dessen bewusst sein musst, dass Stage Trading ein komplexes System ist, dass es höchst individuell ist, dass es nicht nur von dir fordert, dass du weißt, was du dort tust, also rein rational und auf der Wissensebene und dass du aber auch emotional verstehst, was gerade los ist oder was dir vielleicht emotional im Weg steht, dass du wahrscheinlich auch gewisse Konzepte, wie du handelst, wie dein Verhalten ist, wie du auf Dinge reagierst, überarbeiten musst. Und das geht dann ja tatsächlich auch auf Verhaltensbasis und auf Emotionsbasis. Und auch da sind wir jetzt wieder drum daran. Du wolltest es möglichst einfach halten. Hast es denn noch komplexer gemacht mit Hitmap und Orderbuch? Dass wir jetzt wiederum in der Zukunft gerade daran schweben, es für unseren Kunden wiederum einfacher zu machen. Vielleicht kannst du da noch etwas zu sagen, weil wir wollen natürlich auch niemanden erschlagen mit der Komplexität. Aber es ist einfach, es wäre gelogen, wenn jetzt irgendjemand mit einer Trading-Schablone um die Ecke kommt und sagt, das machst du jetzt und das funktioniert und damit verdienst du halt Geld bis ans Ende deines Lebens. Das ist eigentlich gerade erst diesen Typen, der ständig YouTube-Werde nur acht hat mit seiner Schablone. Ja. Mit dieser Trading-Schablone. Ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich daraus ein Trinkspiel mache. Jedes Mal mit einer Schablone sagt, dass ich mir so ein Uso reinpfeife. Aber ich habe irgendwie die Werbung nicht mehr gefunden. Ja, wenn irgendjemand sie da draußen noch findet, schickt sie uns zu. Ich hätte gerne das Uso-Spiel. Nein, also ja, die Firma befindet sich natürlich genauso im dynamischen Wandel wie die Märkte an sich. Klar, auch bei uns privat hat sich natürlich vieles, vieles verändert. Jetzt spätestens hier durch unsere große Auswanderung nach Dubai, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen, wo wir sehr, sehr glücklich sind, dass wir das gemacht haben und uns jeden Tag aufs Neue freuen, hier sein zu dürfen und dankbar dafür sind, hier sein zu dürfen. Ja. Aber ja, na klar, also jetzt nach drei Jahren sind wir irgendwo an einem Punkt angekommen, wo wir uns komplett ohne Werbung einen gewissen Bekanntheitsgrad erarbeitet haben, durch unseren YouTube-Kanal, durch unseren Podcast, natürlich auch durch die Streams, die ich regelmäßig für Bookmap und für Adders mache. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich auch sehr, dass der Anklang an unseren Ausbildungen wächst und dass wir natürlich immer mehr Kunden bekommen. Und ich denke, es ist nur richtig, an so einem Punkt dann auch mal sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, wo stehen wir eigentlich tatsächlich. Und ja, was heißt selbstverständlich? Ich glaube, das machen nicht viele. Aber wir haben uns jetzt als aktuelles Projekt gesetzt, eine Umfrage, eine große Umfrage in unserem Kundenkreis, sowohl bei aktuellen Kunden als auch bei Absolventen unserer Akademie durchzuführen, das Ganze komplett anonym, wo wir dann einfach jetzt mal tatsächlich nachgefragt haben, wie viele Leute sind denn tatsächlich profitabel geworden? Und was hat ihnen weitergeholfen? Wovon wünschen sie sich mehr bei uns? Wovon wünschen sie sich weniger? Sind die Inhalte verständlich? Ich habe da natürlich tierisch großen Respekt vor dem Hohen gehabt und auch ein bisschen Angst vor den Antworten. Man kann sich dadurch auch irgendwo ins eigene Bein schießen. Wenn dann da irgendwie letzten Endes rauskommt, keiner ist profitabel geworden und letzten Endes versteht keiner, was ich denen erzähle. Also insofern, es haben jetzt schon echt wirklich viele Leute an dieser Umfrage teilgenommen und ich bin echt positiv überrascht. Es sind sogar mehr Leute profitabel, als ich gedacht hätte. Also ich habe natürlich irgendwo so ein bisschen einen Schnitt im Kopf gehabt, auf den ich gehofft habe, der da letzten Endes bei rauskommt. Es sieht sogar tatsächlich besser aus als das. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt, wir haben auch schon angekündigt, wir werden ein großes, großes Sonderwebinar da machen mit unseren Kunden, wo wir das wirklich auch ganz transparent und offen auswerten, damit die Leute auch wissen, was dabei rausgekommen ist. Ich will den Leuten das jetzt auch nicht verschweigen und einfach nur für mich selbst nutzen, sondern ich will auch, dass wir dann mit unseren Kunden in Dialog gehen und sagen, okay, passt auf, das und das habt ihr uns hier geschrieben, das und das ist dabei rausgekommen, das und das sind unsere Pläne, darauf zu reagieren. So und wenn ich mir jetzt natürlich mal so angucke und ich glaube, das ist immer so die größte Herausforderung für so ein Unternehmen wie unseres, für so eine Trading-Schule. Du hast eigentlich am Anfang zwei Möglichkeiten oder zwei verschiedene Richtungen, in die du dich entwickeln kannst. Entweder du etablierst dich eher als, ich sage mal, Software-orientiertes Unternehmen, so wie das zum Beispiel unsere lieben Kollegen von Trading2Win machen, die halt irgendwie eine Art, Hallo Berni, die halt irgendwie eine Art, sage ich mal, Signalgeber oder stützende Software, die einem das Leben im Trading leichter macht und kriegst dann halt Kunden, die diese Software abonnieren, damit verdienst du dein Geld. Oder du machst es so wie wir, wir sind da letzten Endes irgendwo auf der anderen Seite das andere Extrem, die sagen, wir wollen den Leuten beibringen, wie man völlig unabhängig tradet. So, auch völlig unabhängig von uns. Sie sollen nicht bei uns eine Strategie lernen, sondern sie sollen bei uns lernen, wie man tradet, wie die Börse funktioniert, wie Börsenhandel funktioniert. So, und letzten Endes dann auch, klar, ich zeige den Leuten meine Herangehensweisen ganz im Detail, was ich mache, was ich handele, wie ich handele, wie ich manage und meine Trades finde. Aber letzten Endes geht es mir eher darum, den Leuten Konzepte mit auf den Weg zu geben und den Leuten beizubringen, wie sie selber Aktien färden können, wie sie selber Statistiken anlegen können, wie sie selber Trading-Systeme, Handelssysteme entwickeln können. Weil, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, die Märkte sind eben dynamisch und verändern sich. Und das, was ich jetzt vielleicht gerade mache, wer weiß, ob es in vier, fünf Jahren noch so funktioniert. Swing-Trading-Bereich sicherlich, davon bin ich relativ überzeugt. Day-Trading-Bereich ist schon wieder ein anderer Schlag. Weiß man nicht. Deswegen ist es wichtig, einfach zu verstehen, wie die Märkte funktionieren. Aber das Problem, was dann halt daraus entsteht, ist eben die Komplexität. So, Märkte sind halt oder, ja, die Börse ist halt jetzt nicht mal eben in ein paar einfachen Sätzen erklärt. So, und das, was jetzt letzten Endes auch so bei vielen der kritische Unterton war, ist dieses ganze Thema Komplexität eben. Also es ist jetzt Gott sei Dank dabei rausgekommen, dass die Inhalte, die wir geschaffen haben und produziert haben, dass die offensichtlich sehr unverständlich sind. Aber das Thema an sich ist halt einfach echt ein fieses. Ja. Und da ist jetzt natürlich für uns die Frage, ob wir nicht doch irgendwie Wege finden, durch stützende Software beispielsweise, wie wir den Leuten ein bisschen was von dieser Komplexität wieder nehmen können und ein bisschen mehr zur Hand gehen können und ein bisschen noch klareren Fahrplan mit an die Hand geben können, das den Leuten dann im Trading-Alltag einfacher macht. Definitiv. Und das ist, ich bin auch sehr dankbar, dass du an diesem Punkt bist. Also Olli ist halt einfach so jemand, der sagt dann, okay, keine Ahnung, wir machen jetzt eine Kartoffelsuppe, aber die Kartoffel hast du davor auch bitte selbst angebaut. Und nur wenn du jetzt die Kartoffel im Supermarkt kaufst und trotzdem deine Zwiebeln und den Speck da reinsteilst und es alles schön pürierst und eine leckere Suppe dabei rauskommt, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht selbst gekocht haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Heute gibt es auch Suppe bei uns. Aber kaum ein Kankerei. Nein, aber genau das ist es. Ich verstehe total deinen Anspruch und ich glaube, es ist auch wichtig, so transparent zu sein und auch zu sagen, okay, das ist die ganze Reise von Grund auf an bis zur verdicken Suppe. Aber dass das einfach auch eine Unterstützung total notwendig und richtig ist. Einfach auch deshalb, guck mal, du hast den Luxus, dich rund um die Uhr mit Trading zu beschäftigen. Das ist aber auch deine absolute Leidenschaft. Und wir sagen ja auch immer, du musst Daytrading nicht hauptberuflich machen, keinen Hauptberuf daraus machen und auch nicht hauptberuflich machen. Du kannst es auch neben deinen Beruf lernen. Aber wenn du dir schon irgendwo Zeit sparen kannst, dann sollte man erst mal den Fokus darauf legen, profitabel zu werden. Und dann kann man sich noch immer noch entscheiden, ob man gewisse Dinge selber machen möchte. Einfach, um dann vielleicht noch mehr rauszuhauen. Weil wir müssen doch einfach verstehen, dass unsere Kunden, wir haben ja auch Kosten. Sie müssen, auch wenn sie im Demokonto handeln oder irgendeiner Form brauchen sie ja auch einen entsprechenden Datenfeed und Software und dies und das. Und das sind einfach Kosten neben der Ausbildung, die da sind. Und auch wenn man weiß, dass ein Lernprozess irgendwie langwierig sein kann und auch nochmal so psychologisch abgebogen, das Gehirn mag halt nicht lernen, weil es immer wieder bedeutet, gewohnte Wege zu ändern. Und das kostet viel Energie. Und unser Gehirn mag keine Energie weiter verschwenden. Es hat einfach nur Bock, den gleichen Weg zu gehen, den es immer geht. Ja, es ist doch irgendwie schöner zu gucken, was sind die Bedürfnisse unserer Kunden und sie dahingehend zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit halt zu bieten, trotzdem alles irgendwann auch komplett selbst zu machen. Aber ein guter Mix, glaube ich, ist da ganz wichtig. Richtig. Und das wäre auch so der Plan jetzt für die nahe Zukunft. Also unsere Ausbildungen stehen jetzt. Wir werden sie natürlich wie gewohnt immer weiterentwickeln. Wenn neue Faktoren irgendwo dazukommen, dann wird es auf jeden Fall auch immer Erweiterungen und neues Videomaterial für die Ausbildung geben. Dazu stehen wir natürlich auch. Aber grundsätzlich bin ich jetzt erst mal mit dem, was wir unterrichten und wie wir unterrichten, sehr, sehr zufrieden und denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das wird uns eigentlich auch so als Feedback von unseren Kunden wiedergegeben. Deswegen, da werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel verändern am Ausbildungskonzept an sich. Es soll Kleinberge bleiben. Das hat Mani schon angekündigt. Wir nehmen halt nur diese fünf Leute pro Monat, pro Kurs auf. Auch das soll dabei bleiben. Da wollen wir nicht irgendwie an der Skalierung rumdoktern oder so, weil dann werden wir uns letzten Endes auch selber untreu. Aber wir wollen natürlich die Sparing Academy in Zukunft auch ein bisschen weiterentwickeln. Und das wird wohl in Richtung Software eben gehen, dass wir aus Trade Neon, was bis jetzt unsere Fundamentaldatenanalyse Software war, eben ein Dachunternehmen machen, was Software entwickelt. Trade Neon selbst wird, wie du schon gesagt hast, Futures Insights in Zukunft heißen. Und wir stehen jetzt gerade ganz kurz vor der großen Veröffentlichung unserer Level of Interest Software Erweiterung, die es unseren Kunden ermöglicht, quasi oder nicht nur unseren Kunden, sondern auch externen Leuten, wenn das Interesse besteht, eben meine Marktanalyse in verschiedenen Softwares, Arthas Bookmap und TradingView zu synchronisieren. Daran angeschlossen wird natürlich auch viel Infomaterial sein, was das jetzt eigentlich für Levels sind, wie diese Marktanalyse zustande kommt, wie man die letzten Endes richtig nutzt, was denke ich mal schon per se eine große, große Stütze für viele Leute sein wird. Aber wir werden auch in Zukunft noch weiter an verschiedenen Softwarelösungen arbeiten, sicherlich auch zusammen mit Bernis Team, um da zu gucken, dass wir den Leuten ein bisschen die Komplexität und den Spuk aus dem Thema Daytrading nehmen. Genau, was auch noch ein bisschen hinten ansteht, wird auch in unserer Trading Diary, also ein Trading Tagebuch, was nicht nur Trades auswerten soll und bei der Analyse helfen soll, sondern tatsächlich auch nochmal den Aspekt Psychologie mit einbringen soll, tatsächlich umzuschauen, also einerseits mein Verhalten, wie verhalte ich mich eigentlich in Stresssituationen und ist das Verhalten gut im Trading-Kontext und welche Emotionen begegnen mir immer wieder im Trading und wie kann ich besser mit diesen umgehen, sodass ich rationaler halt handeln kann, weil, sagen wir mal ehrlich, es gibt ja dann auch gerade im Daytrading, weil es so unmittelbar ist, Situationen, in denen man sich danach an den Kopf festst und sagt, was habe ich da getan und dass man diese Situation vermeidet, dafür wäre denn unter anderem dieses Trading Diary da. Was ich noch sagen wollte, es ist ja aber auch immer auch eine, Lernen ist sehr persönlich und auch eine Beziehungsgeschichte. Was ich damit meine, ist einerseits die Beziehung von dem Kunden zu uns und andererseits aber auch die Beziehung zu sich selbst als Kunde, weil wirklich ehrlich sich mit auseinanderzusetzen, mit einem Lernprozess, der niemals angenehm ist, weil ich schon gesagt habe, das Gehirn lernt nicht gerne und ungewohnte Wege gehen bedeutet Stress für unser Gehirn. Das kriegt erst mal Panik und denkt, das ist alles unsicher. Man ist verwirrt, weil man einfach nicht weiß, was jetzt oben und was jetzt unten ist, weil das Gehirn gerade neue Wege zusammen kittet. Und da wirklich ehrlich mit sich zu sein und sich Zeit zu geben, anstatt immer zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Trading Ausbildung und ich will jetzt die Ergebnisse sehen, weil ich will dies, ich will das, ich will das. So funktioniert es halt leider nicht. So funktioniert es leider nicht. Es ist einfach so, dass du dich sehr mit dir selbst auseinandersetzen musst. Jeder, ich finde es immer so spannend oder sagen wir mal so nicht spannend, sondern ich sehe immer sehr viele Parallelen zum Fußball, weil jeder Trader, jeder Daytrader ist gewissermaßen ein Athlet und jeder Fußballspieler ist ja auch ein ganz anderer Typ. Also welche Position nimmt er halt ein im Kontext und was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen und es macht dann wahrscheinlich nicht Sinn, vielleicht mir zu sagen, wenn ich Fußball spielen würde als 1,50 große Frau, dass ich vielleicht irgendwie im Sturm da sein soll und für die Kopfwelle zuständig sein sollte. Das wird dann vielleicht nicht funktionieren. Aber was bin ich eigentlich charakterlich für ein Mensch? Wie bin ich psychologisch halt irgendwie aufgestellt? Was sind meine Stärken? Wo sind meine Baustellen und wie finde ich meinen passenden Platz, um profitabel zu werden? Du bist auf jeden Fall für die Blutgrätsche zuständig. Ich bin definitiv für die Blutgrätsche zuständig. Ich konnte da, ich habe damals tatsächlich Fußball gespielt und das Problem war halt einfach immer, dass die, dass die mal alle vor mir Angst hatten, weil ich immer dermaßen euphorisch war und gut mit Kraft hinterm Ball war, aber ich halt glaube ich auch alle umgenietet habe. Ich glaube, die hatten... Das kann ich für die Teichel sehr selten vorstellen. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass sie sich mit mir verletzen oder dass sie mich verletzen und so. Und ich bin immer so ein bisschen, ja, übereuphorisch in den Ball hinterher gelaufen. Aber er hatte auch nicht wirklich Taktik oder irgendetwas. Ich hatte einfach Spaß. Du hast einfach Blutgrätschen. Ich hatte Blutgrätschen. Ja, Blutgrätschen, Manni, genau. Ja, also da stehen wir nun nach drei Jahren. Genau. Es war eine super spannende Zeit. Und würdest du, ganz ehrlich, würdest du mir sagen, wir machen das schon seit zehn Jahren, würde ich sagen, ja, machen wir. Es ist so unendlich viel passiert in dieser Zeit. Und es ist... Also wir stellen immer wieder fest, es vergehen zwei, drei Monate. Und dann werfen wir einen Blick zurück und sagen, boah, was ist in diesen zwei, drei Monaten schon wieder alles passiert? Wahnsinn. Unfassbar. Wenn ich mir auch überlege, wir sind gerade mal jetzt ein halbes Jahr in Dubai. Unfassbar. Es kommt mir auch hier schon vor, als wären wir schon ewig hier. Ich weiß nicht. Für mich ist es aber andererseits schon wieder das halbe Jahr rum. Und das sind so Dinge, die kriege ich im Kopf gar nicht klar. Einerseits, ja, wir sind jetzt schon ein halbes Jahr hier. Andererseits denke ich mir, mein Gott, morgen ist Weihnachten. Und also ich kriege... Für mich ist es so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ja, nee, also ich kann nicht für mich behaupten, und ich glaube, das ist etwas Gutes, ich kann nicht für mich behaupten, das Gefühl zu haben, dass das Leben oder dass die Zeit schnell vergeht. Man hört es ja immer wieder von Älteren und so, ja, mit jedem vergehenden Jahr vergeht die Zeit irgendwie gefühlt schneller. Und das ist ja auch schon bewiesen, woran das liegt. Man erlebt einfach wenige erste Male im Alter. So der Grund, warum als Kind die Zeit so unglaublich langsam vergeht, ist, weil man einfach immer wieder neue erste Dinge erlebt. So, und das hört natürlich mit wachsendem Alter irgendwann auf. Aber ich glaube einfach, wir haben das große Glück in unserem Leben, dass wir einfach, dass unser Leben so dynamisch ist, dass so viele neue Dinge immer wieder passieren. Ich kann für mich eigentlich nicht behaupten, das Gefühl zu haben, dass die Zeit schnell vergeht. Im Gegenteil, es ist einfach unfassbar. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel man doch in kurzer Zeit erreichen und schaffen kann. So, ich meine natürlich, wir arbeiten auch einfach gerne. Wir haben auch Spaß dran. Und natürlich, wenn man dann auch das große Glück hat zu sehen, dass sich alles toll entwickelt, dass die Arbeit Freude macht, dass die Kunden zufrieden sind, das ist letztendlich sowieso das Wichtigste. Klar, wir wollen natürlich auch irgendwie davon leben und Geld damit verdienen, völlig logisch. Aber das Ganze ist natürlich auch nur sehr, sehr kurzweilig und von kurzer Dauer. Wenn du feststellst, irgendwie den Leuten bringt es nichts oder die Leute sind völlig unzufrieden mit dir, so dann machst du, denke ich mal, den Laden auch relativ schnell wieder zu. Da geht es auch wieder um Beziehungen, weil wie groß willst du überhaupt ein Geschäft haben? Weil irgendwann vernielst du ja auch die Beziehung zu deiner Arbeit, warum du überhaupt diese Arbeit in Ursprung überhaupt gemacht hast oder auf diese Firma aufgebaut hast. Bei Oli muss man sagen, er ist jetzt nicht so der Mensch, der gerne irgendwie sich mit fremden Menschen umgibt. Nur im Trading-Kontext war es jahrelang so, dass er sich dann irgendwo bei Dubrovnik in irgendeinem Restaurant, geschrägstrich Kegelbahn, mit irgendwelchen Leuten zusammengetan hat, um mit denen über Trading zu sprechen. Und da war es schon so mit seinen zwei Gruppen, einmal Dubrovnik, ich weiß nicht, wo wurde andere Treffer, auf jeden Fall zweimal die Woche. Und dass Oli ganz schnell dort einfach schon, ja, im Prinzip der Lehrer war, weil Oli dann doch schon damals immer schon etwas mehr, ich will nicht sagen, verstanden hat. Ich habe es einfach schon länger gemacht. Ja, du hast aber auch einfach so diese Leidenschaft, wie gesagt, du willst wissen, wie du die Kartoffel anpflanzt, anstatt sie zu kaufen. Und deswegen war Oli schon immer in diesem Kontext einfach, also tatsächlich auch ein bisschen anderer Mensch. Und dann eine Schule aufzubauen, mit dem er sozusagen seinen eigenen coolen Trading-Stammtisch hat, mit Leuten, die er so anlernt, dass sie die gleiche Sprache sprechen, ist einfach total naheliegend. Und das würden wir komplett verlieren, wenn wir weiter skalieren würden. Und somit ist es eine sehr zufriedenstellende Arbeit. Und da kann jetzt andere kommen und sagen, ja, aber ihr könnt doch irgendwie eure 6.000 Kunden jetzt hier machen. Dann würde ich mir sagen, das stimmt, das hatten wir auch mal, wir sind ja bei EloPage, das ist unsere Vertriebsplattform, und dann sagte der Chef zu uns, boah, ey, ihr könnt locker, alleine mit der Schule schon über eine Million skanieren und hier und das und das in, glaube ich, einem ersten Jahr oder sowas. Und ich habe dann nur gesagt, ich habe dann nur geguckt und gesagt, okay, wie viele Kunden müssen wir denn dafür haben, hochgerechnet und gesagt, um Gottes Willen, wie soll das denn aussehen? Also, dass man sich nicht die Beziehung zu sich selbst, zu den Kunden, zu dem, was man macht, auch so eine gewisse Demut einfach zu haben, so ey, das ist doch einfach nur gesund einfach. Ja. Ja. In diesem Sinne schauen wir uns, schauen wir mal, wo uns der Weg die nächsten drei Jahre hinführen wird. Ich denke, es wird vieles so bleiben, wie es ist, denn es ist gut so, wie es ist, aber es werden sicherlich auch noch viele, viele neue Dinge, gerade so im Softwarebereich, denke ich, hinzukommen und da bin ich sehr gespannt, wo uns die Reise so hinführen wird. Absolut. In den kommenden Jahren. Genau, bald gibt es auch wieder neue Podcast-Folgen mit Bernie, dann kommen jetzt nochmal Simon und René in den Podcast. Genau, seid gespannt. Das war jetzt mal so eine kleine Update-Folge und jetzt mehr ums Trading geht es dann wieder in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Hossa. Ja, in diesem Sinne, habt alle eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ich nicht wieder todeskrank mit Corona flach im Bett liegen sollte, was ich jetzt mal nicht hoffe. Euch allen da draußen schöne Trades, erfolgreiche Tage. Bleibt unbedingt gesund. Glaubt mir, ihr wollt kein Corona. Das ist nervig. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Wie gesagt, dieses Mal vielleicht nicht so viel praktische Trading-Inhalte, sondern mehr mal über uns aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich denke, das ist auch für euch als treue Zuhörer mal nicht uninteressant, was bei uns so hier alles passiert hinter der Kulisse und welchen Weg wir so hinter uns haben. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde, besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs. Börsen Remepielde. Bis bald. Bis bald. Beimangi. Beimologia. ula Jacques Éxем resisten. Bis bald.